moin leute und servus zusammen das ist meine brachypelme hamory und sie hat sich ganz unerwartet gehäutet ihr kennt das sicherlich komme ich gleich noch mal darauf zurück warum unerwartet ich habe nicht auf dem schirm gehabt dass eine häutung anstand denn ihr haarspiegel ihr brennspiegel hinten auf dem abdomen war vollständig man hat nicht gesehen dass da irgendwas dunkler wurde ja ich habe ihr zweimal zu fressen angeboten was sie nicht angenommen hat das habe ich dann irgendwann wieder entfernt und ja heute morgen komme ich zur tür rein das tier hat sich gehäutet wem ist das auch schon passiert passiert es euch überhaupt führt ihr der hagenau buch drüber wie macht ihr das mit den häutungen ich dokumentiere das natürlich auch gucke da aber nicht jede woche drauf und sagt mir jetzt müsste es bald wieder soweit sein sondern ich erkenne es einfach darin dass die tiere irgendwann das fressen einstellen oder noch besser es gibt da tiere so erkannte scoria genicolata zum beispiel die das fressen dann mal nicht einstellen und trotzdem irgendwie weiter fressen das habe ich bei mir noch nicht ausprobiert weil ich die für genicolata verhältnisse etwas knapp halte aber das soll jetzt hier keine weitere rolle spielen wer kennt von euch plötzlich liegen heute drin dann weiß ich dass er immer mit dem gedanken futter muss entfernt werden und in dem fall habe ich es gemacht aber natürlich je nachdem wie sehr verwinkelt die einrichtung ist es nicht immer gewährleistet dass da irgendwie das futter rausgenommen werden kann ich habe das auch schon gehabt als meine nanochromatis sich gehäutet hat dass da plötzlich während der häutung irgendwie ein heimchen daneben sitzt und ja eier in den boden legt naja wie auch immer also schreibt unten rein verlinkt eure videos oder eure blogs oder was auch immer teilt es einfach mal mit bei wem euch das so passiert ist wie immer verlinke ich euch hier den abo button gleich und dann entsprechend die playlist über die vogelspinnen und das letzte video bis zum nächsten Mal